Moin moin Ich zeig euch jetzt das erste Musik Easter Egg auf der Eisendrache Das eigentlich total einfach auszuführen ist Ihr müsst einfach nur Die Teile hier überall suchen Zuerst ist hier in den Raum Zwei Teile von der Treppe hier runter laufen Ihr seht das auch schon Ihr hört auch immer wenn ihr das aktiviert Ich sag mal so einen schwulen Einfach nur auf PS4 Fiegek davor drücken Bei Xbox hab ich keine Ahnung Was an der Taste für ein Zeichen drauf ist Fürs dritte dann einfach nur hier hoch Und hier um die Kurve Und hier seht ihr auch schon das letzte Schon hört man die Musik Wir haben die Plattform aktiviert Wir haben die Plattform aktiviert Wir haben die Plattform aktiviert Und hier um die Musik Und hier um die Musik Und hier um die Musik Und hier um den Böden Und hier um die Musik Richthofen! Richthofen!